und die neue axt macht den ganzen schaden das stimmt ja einen schlag tot also hier hinten haben wir noch einen Rüstungsteil was wir wollen können bitte hier hinten ist noch ein Rüstungsteil was wir uns holen können ja können wir ja sammeln aber ich habe nichts mehr im Inventar so 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 Den kann man nicht tragen. Da können die ja mal kurz mitkommen, um halt den Sloten zu looten. Wo ist er dann? Das ist ja nicht, dass er de-spawned ist. Ja, dann ist er de-spawned ist egal. Da. 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 Sag bescheid wenn ihr noch was braucht. Da sind ja fast alle wieder grau. Ja, ich mach keine Durstung. Ne, ne. Kann ich nicht machen. Also ich bin soweit fertig. Soll ich ja schon was machen? Ja, bin ausfällig. Was mit dir Justin, brauchst du noch was? Ja oder nein? Muss noch die Taucherglocke auf, aber ich glaube ich auch. Und du bist noch bedient. Gut. Dann gehen wir einfach mal weiter. Ne, wir schlafen hier noch vielleicht schon. Ja, ja. Hat jemand noch ne Plane? Ich hab noch welche. Ja, ich hab auch noch welche. Okay. Willst du oder soll ich? Ich hab... Ich hab fünf Stück. Bruder, mach du ruhig. Sollten ja genug sein. Ja. Mach schon hoch. Äh, zu spät. Ich hab mir einen schon gemacht. Na. Na eben schon. Erstmal speichern. Ja. Speichern ist immer wichtig. Jetzt pennen. Super. Na, jetzt wieder essen. Macht jemand ein Feuer oder mach ich schon ein Feuer? Ja. Ich brauch kein Feuer. Ich hab noch genug. Ich hab noch mehr. Wir haben noch genug. Also ich zumindest nicht. Ich hab ganz viele Meals. Ich hab ganz viele Nudeln. Ich hab noch Fleisch. Ja. Aber... Das will ich aufheben. Weil das nicht vergammeln kann, ne? Ja. Ich hab nur nichts mehr zu trinken. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich dein Kleid anziehen kann. Wundert mich, dass sie da ist. Kannst du dir auch ne Waffe geben? Dann kann... Also die Patroule geben. Dann... Wollt ihr... Unendlich Munition. Oh, die sieht aber schick aus. Guck mal, Justin. Dann ist... Ach so. Weiß der Justin schon. Hätte ich gerade den Kopf gefressen. Würdest du ja nicht sagen... Die ist jetzt Feuer gelaufen. Die hat jetzt Blut in... Gewicht. Aber mit dem Kleid gefällt sie mir eigentlich auch ganz gut. Wollen wir nach Norden oder wollen wir auf den grünen Punkt? Mal Knochen aufheben. Bis später. Kannst du sagen. Spielepunkt? Ja. Macht Sinn. Justin, durch dich zum Feuer. Ja. Nein, nee. Das ist da. Das. So. Wer hat hier die Musik gemacht? Über dem Kelvin stand ich mit deinen Namen gerade. Von meiner Ansicht her. Bei aller Liebe aber der Kelvin ist mir so egal. Ich weiß. Ja. Denken muss ich noch. Kommst du nahe oder sollen wir auf dich warten? Ich hab aus der Flasche. Okay. Ach schon. Können wir laufen. Oder gehen. Ich glaube nämlich hier im Norden... Entweder gibt es in der anderen Höhle oder im Norden gibt es einen Compoundbogen. Und es soll noch einen Katana geben. Ja. Wo das Katana ist weiß ich nicht. Den Compoundbogen habe ich schon gesehen. Und noch nicht. Und noch nicht. Wenn ich erstmal einen Kelvin... Ja. Mach das. Beim letzten Mal hab ich schon geholfen. Weil auch wenn er egal ist. Sterben lassen müssen wir ihn auch nicht. Das stimmt. Ich hab ich nicht mit meiner Axt geholfen. Ich hab zwei Schlüsse anbekommen. Das wird wenig. Ich bin aufstegeköpft. Oh shit. Wir haben wieder das Loll-Wall. Da ist noch einer. Kurz. Megan! Wollen wir weitergehen? Ja. Ich hab noch über die Hälfte. Ich hab gar nichts mehr. Noch eins hast du noch. Eins, ja. So, ne Aktivier. Bin ich jetzt genauso? Ah, ja. Hier. So, mehr kann ich nicht mehr machen. Die Map wegstecken, das nervt. Ich glaub ich hab jetzt ne Shotgun bekommen, glaub ich. Oh, ich glaub ich, ne Shotgun. Oh, ich glaub ich, ne Shotgun. Ja. Shotgun. Die Mama ist zuhause, Baby. Wie? Nuhuuhuuhuhu. Nuhuhuhuah. Gelben. Nuhuhuuhu. Nuhuhuhu. Nuhuhuuhu. Die Schottkern ist halt im roten Tonnen. Alter. Gehen wir mal zu den grünen Punkten, oder? Aber wir haben ja fast alles. Wir müssten jetzt theoretisch so sein, ja. Jetzt müssten wir, glaube ich, zu dem... Zu der untersten Höhle. Zu dem untersten... Warte mal, ich hab den Pinken noch nicht gefunden. Kann... kann der aus dem Bug sein. Was ist jetzt wegen diesen ganzen Punkten? Punkten. Ah, ihr müsst das Dingsbums mitnehmen. Ich verstehe. Müssten wir hier geradeaus in die unterste Höhle. Und dann sollten wir eigentlich alles haben. Den kann man ja auch... Lüftung machen, aus dem Pelz. Ja, so... So Dingsbums, Wärmerüstung und so. Aber wir halten halt auch viel aus. Eine Rehe hat jetzt drei Heats von mir bekommen. Tja- Tja-Tja-Tja-Tja-Tja-G 답bortas. So Dingsbums... neblig wie lange geht denn der winter noch muss man da wirklich explizit weiss nicht ich glaube halt über die tage halt ich glaube es geht halt über die tage wie es wie viele tage man halt hat jetzt schlafen überspringt man alles also verwirren wir den jahreszeiten die zu unrealistisch nachdem der winter jetzt vorbei ist glaube ich kommen auch diese spezial monster also wenn wir die story durch haben werde ich nicht unbedingt wirklich lange spielen weil ich finde es mit den übertriebenen monstern einfach dumm der aller liebe hey wir sind zu hause hier ich habe keine ahnung wo du gerade rumgammelst hier weil ich ja hier mal ab nur speichern auch nur weil die kalt ist musste ich kein kaltes feuer nennen ich finde es immer gruselig auch wenn der frisch getroffen ist warum wackelt der kopf wer hat ihren arm aufgehängt ich habe keine seile mehr wirklich auch kein klebeband mehr dann habe ich ein problem mit der tech rüstung ich habe noch neun seile und acht klebebänder ich muss mir was geben so drei schritte oder so oder vier also das was du übrig hast ich habe nämlich nur noch zwei rüstungen ich weiß nicht wie es bei dir aussieht dann vielleicht aber ja kann ich nicht geben aber der mann ja vorhin auch dass er schüttel hat er kann mir auch was geben kein problem wenn wir so zwei drei stück haben eins zwei gebe ich dir klebebänder und zwei seile für dich aber rüstet euch auch aus ne ja mir fehlen noch zwei rüstungsteile aber hier hat genug knochen super wenn du noch was übrig hast justin gerne ne ich sitze neben am feuer mir ist kalt und ich bin nass ernsthaft ich wollte gerade den kalbänder schießen einfach legit weg und tot und tot hm Mama wird es mir geändert ok ich mache mir schon ein bisschen lustig auf vorrat ach komm hier kommen wieder welche so der das zu der mit der nicht den der 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 ist ich kann auch monitoren verschwenden war eigentlich noch irgendwo ein schwanz also wenn du was an rüstung wenn du mir was abgeben könntest gerne keine ahnung wie man guckst mich an rücksicht dann öffnet sich das ding und mit er kannst du dann wechseln was du abgeben will genau und jetzt einfach aufgeben drauf was du mir geben willst und dieses ständige kalt sein es ist doch eine last ich habe alles lustig für dich geil auf jeden fall noch den punkt den seil ernst ich habe auch noch jetzt ist leile brauche ich jetzt erstmal nicht da habe ich jetzt vier stück insgesamt ich brauche klebebänder habe ich jetzt keinen mehr ja ich weiß jetzt mir alle gegeben darf ich habe alles aufgebraucht über die ganze zeit nicht gebraucht habe klebeband und dran habe ich 21 ja dann gibt mir bitte klebeband noch mal welches das sind ich ein bisschen mal mit zwei oder drei stück schick 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 muss mir nicht alle geben danke dir mein Kind mein Kind mein Kind mein Kind Schreie! So, dann würde ich sagen, ich mach meine Trinkflasche gleich mal voll und dann könnten wir eigentlich weiter gehen. Oder? Ja, ich habe noch ein paar Fischen genommen, damit wir die Vorderbisse auffüllen können. Eigentlich haben wir ja genug. Denk darin, dass hier hinten auch noch drei Fischrecks hängen, ne? Ja. Mit Schusswapen sind die Gegner viel einfacher. Ja, ich weiß. Lass dich dann bin ich. Ich habe nämlich keine Lust, dass wir gleich nochmal so einen Trupp angreifen. Da würde ich gerne in dieser Richtung schon unterwegs sein. Und das mit dem Winter nervt so ab. Wir können ihn da schnell überspringen. Und das mit dem Winter nervt so einen Trupp angreifen. Vielen Dank.